Hallo, ich bin Michael Wambold, verantwortet den Vertrieb bei Heiko Sportiv und heute stellen wir euch den XR60 im Serienlook und einmal im Heiko drin vor. So, hier sehen wir den Frontspoiler, in dem Fall bestehend aus dem Bodykit, was am Fahrzeug montiert ist. Der Frontspoiler, ab hier angesetzt, mit klassischen Designmerkmalen, sehr markante Designmerkmale. Hier kann man auch entsprechend ein bisschen mit den Farben spielen. Man könnte auch das Schwert in der anderen Farbe lackieren. So, hier haben wir unser neues 9x21 Zoll Volusion Pfeifrad. Das ist die Evolution unseres klassischen Volusion Pfeifrad, was mit als erstes im Heiko Bestand war. Highlights hier und Besonderheiten, extrem konkav ausgelegte Speichen, um hier einfach noch einen breiteren, bulligeren Look zu erzielen. Weiterhin haben wir an dem Fahrzeug unser Selected Level System verbaut. Das ist für das adaptive Luftfahrwerk. Somit erzielen wir 30 mm Tieferlegung gegenüber dem Serien-Setup. Also in den verschiedenen Modis, Dynamic, Sport und so weiter, 30 mm tiefer, außer im Offroad-Modus. Offroad-Modus bleibt unbelassen. Erzielt wird das Ganze mit einem zusätzlichen Steuergerät, mit unserer Software. Durch die Tieferlegung natürlich einen dynamischeren Auftritt. Anderer Schwerpunkt durch die Tieferlegung, somit dynamischeres Fahrverhalten und auch gleichzeitig positiver Nebeneffekt. Weniger Luftwiderstand und damit auch Kraftstoffersparnis erzielbar. Ein Video haben wir schon gedreht darüber. Das findet ihr im unten stehenden Link. Hier haben wir unsere Heckschürze für den XC60, bestehend aus dem Buddy-Kit an diesem Fahrzeug montiert. Aus pure Rimm natürlich. Hier mit unseren klassischen Vierrohr-orvalen Endrohren. Dieses Mal allerdings anders eingefasst. Also vorher hatten wir nie diese Einfassung hier unten. Passend natürlich für die ganzen Modellvarianten von Volvo XC60, wie Momentum, Inscription, auch für Air-Design passend. So, hier unsere neueste Variante vom Heiko-Schriftzug. In dem Fall in schwarz ausgelegt. Den gibt es auch noch in Grafit, um ein ganz klares Statement zu setzen. Hier kommt ein Heiko. Unsere Kernkompetenz von Heiko Sportiv ist natürlich auch installiert hier im Fahrzeug. Nämlich die Heiko Sportiv Leistungssteigerung. In dem Fall haben wir den XC60 T6 AWD. Leistungsgesteigert auf 30 PS Plus und 70 Newtonmeter mehr. Damit erzielen wir dementsprechend mehr Effizienz, mehr Leistungskraft, mehr Leistung im unteren Bereich. Nur um eine Zahl zu nennen, im Elastizitätswert zwischen 80 und 160 knapp 1,5 Sekunden schneller. Die Leistungssteigerung ist natürlich auch für weitere Motorenapplikationen verfügbar. Und on top mit unserer 60-Monaten-Garantie bis 150.000 Kilometer analog der Volvo-Werks-Garantie und mit entsprechenden Gutachten versorgt. Wir führen euch jetzt noch Selected Sound vor. Selected Sound ist die deutliche Antwort von Heiko Sportiv auf die Downsizing-Strategie von Volvo. Nämlich Sound zu generieren und damit erheblichen Fahrspaß. Und das macht richtig Spaß. So, das war die Vorstellung von unserem Heiko Sportiv XC60. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf Telefonate, auf E-Mails. Und ich habe jetzt einfach noch Spaß. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017